Faktoren des Staatsaufbaus. Alles Lob gebührt Allah Herrn der Welten, dem in seiner Erwürdigungsschrift sagt, und sprecht, wirkt Allah, wird euch euer Werk schauen, und so seien Gesandter und die Gläubigen. Und zurück sollt ihr gebracht werden, zu dem Kleiner des Verborgenen und des Offenbaren. Dann werdet ihr euch verkünden, was ihr zu tun bepflegt. Ich bezeuge, dass es keine Guteil da außer Allah ohne Teilhabe gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet sein anbetenden Diener und Gesandter ist. Der sagte, wenn der Tag der Auferstehung kommt, während einer von euch Schüßling in der Hand hat, der soll erst aufstehen, nachdem er ihn verpflanzt hat, wenn er dazu die Möglichkeit hat. Nun zum Thema. Zu den edlen Prinzipien und Lehren des Islams gehören die Liebe zum Heimatland, seine Verteidigung, die Arbeit an seinem Fortschritt und seinem Wohlstand. Denn alle Nationen, die sich wissenschaftlich und kulturell entwickelt haben, haben hinter ihnen treue Männer, deren Herz von Liebe zu ihrer Heimat erfüllt ist, und sie haben großzügig zu der fruchtbaren Arbeit beigetragen, die den Bürgern und dem Land zugute kommt. Unser Ägypten verdient das Beste seitens der Ägypter, denn es ist das schlagende Herz der Arabertums und des Islam, der Schild und das Schwert der Oma und deren Bastion in Auseinandersetzung mit Terrorismus und Herausforderungen. Von daher ist die Verteidigung des Heimatlands und die Arbeit an seinem Fortschritt sind religiöse und staatliche Verpflichtungen. Denn Ägypten ist Wege der Zivilisation und Heimat der Botschaften, sowie das Land, das im erwürdigen Koran genannt wird. Wo der Erhabene auf Zunge von Josef, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, sagt, zieht in Ägypten in Sicherheit ein, wie Allah es will. Der Islam hält mit Nachdruck Zusammenschluss und Einheit an und lehnt Auseinandersetzungen und zerblickt ab. Der Gesandte Allah verglich die Zugehörigkeit der Muslime zueinander mit einem einzigen Körper. Wenn ein Gliedmaß unter einem Schmerz leidet, klagen auch andere Gliedmaßen über diesen Schmerz. Der Islam erhebt die Liebe eines Muslims zu einem anderen Muslim zu einer Voraussetzung des Glaubens und nimmt mehrere bestimmende Faktoren, die das Ansehen der Heimat stärken und diese Stützen sowie die Voraussetzungen für die Nationalität darlegen, damit eine Zugehörigkeit eine andere nicht überwiegt. Zu diesen bestimmten Faktoren gehören die folgenden. Handeln nach dem Offenbarungsbuch Allahs und der Sonne seines erwürdigen Propheten. Der Koran ist wahrhaftig ein allumfassendes Offenbarungsbuch und enthält nichts Gewundenes. Allah macht ihn zu einer Barmherzigkeit für die Menschen. Ferner offenbart er in ihm Beispiele, Lehren, Ermahnungen sowie Gebote und Verbote. Wenn die Menschen all dies ernst nehmen und es in ihrem Leben praktizieren, gewinnen sie im Diesseits und im Jenseits. Die Sonne des Propheten Allahs, die ihnen schenkt ihm wohl ergehen, erklärt ambige Dinge. Allah ordnet uns an, dass wir ihm und seinen Propheten gehorchen. Der Prophet wies uns an, dass wir seiner Sonne und der Verhaltensweise der rechtgeleitenden Kalifen nach ihm folgen. Es ist bekannt bei den Muslimen, dass der Koran und die Sonne die beiden ersten Quellen der Gesetzgebung und der Rechtsnorm im Islam sind. Sie müssen die oberste Autorität für die Gesetzgebung und Verfassung der muslimischen Ummah bilden. Gehorsam gegenüber Führungspersönlichkeiten Unsere wahre Religion weist uns im Irrwürdigen Koran an, Führungspersönlichkeiten zu gehörten. Zu diesem Personenkreis zählen Herrscher und ihre Stilvertreter, aber auch Wissenschaftler und Gelehrte. Der Gehorsam ihnen gegenüber ist bepflichtet, solange er nicht zu einer Sünde gegenüber Allah, dem Allmächtigen, führt. Der Islam weist uns an, dass wir sie in allen Dingen unterstützen. Denn ihre Unterstützung gilt als eine Unterstützung für alle Muslime. Wir sollen ferner den führenden Persönlichkeiten Ratschläge geben und sie beispielsweise vor einem Feind oder einem Neider warnen. Und der Muslim soll sie mit Wort und Tat verteidigen. Denn ihre Stärkung bedeutet auch eine Stärkung der Heimat. Fernhalten von Streit und Trennung. Der Islam kam, um die Menschen von den Fünsternissen heraus hin zum Licht zu bringen. Er beseitigt Ignoranz und Unwissen der Menschen und lässt sie nicht auseinanderlaufen, sondern zusammenkommen. Die Muslime sind aufgefordert, an der Religion Allahs festzuhalten und nicht auseinanderzugehen, nachdem Allah ihr Herzen zusammenführte. Auf diese Weise macht Allah die Muslime zu Geschwistern im Islam und betont sogar diese Brüderlichkeit. Ein Muslim soll seinen Mitmenschen nicht missachten. Jeder Muslim ist angewiesen, seinen Bruder zu lieben, wie er sich selbst liebt. Der Islam funktioniert auf das Echten von Zerblättung und Aufruhr. Denn derartiges führt zu großem Übel. Schützen die Heimat und der Staatsbürger. Der erfüllte Koran berichtet uns von absoluter Sicherheit, Die Menschen sollen in dieser Zeit ein sicherliches Leben führen, was sich auch auf ihren Intellekt, ihre Ehre und ihr Vermögen bezieht. So werden sie auch im Jenseits vor Gewalen sicher sein. Unser Prophet Abraham, Allah segne ihnen, schenk ihnen wohl ergehen, bat Allah darum, dass er seine Angehörigen und seine Heimat sichert, bevor er um Lebensunterhalt bat. Denn Sicherheit ist die Grundlage eines guten Lebens. Das Vermögen ist wertlos, wenn es keine Sicherheit gibt. Unser Prophet Muhammad, Allah segne ihnen und schenke ihnen wohl ergehen, sprach über diese Bedeutung und erwähnte, Wer Gesundheit, Sicherheit und Lebensunterhalt eines Tages hat, hat das Leben in dieser Zeit. Der Erhabene sagt, Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und werden getötet. Eine Verheißung in der Tora und im Evangelium und im Koran. Das sich anstrengende und erledigende Bepflichtungen in bester Weise. Es wurde von Kaab ibn Juz'a, Möge Allah auf ihn wohlgefallen finden, überliefert, dass ein Mann beim Propheten, Allah segne ihnen, schenk ihnen wohl ergehen, vorbeikam. Dann sahen die Gefährten des Propheten, Allah segne ihnen, schenk ihnen wohl ergehen, von ihm Anstrengung und Aktivität, dermaßen sie sagten, O Allahs Gesandter, wie wäre es, wenn seine Arbeit auf dem Wege Allahs wäre. Da sagte der Prophet, Allah segne ihnen, schenk ihnen wohl ergehen, Wenn er sein Haus verlässt, um für seine kleinen Kinder aufzuwenden, ist das auf dem Wege Allahs. Wenn er sein Haus verlässt, um für seine alten Eltern aufzuwenden, ist das auf dem Wege Allahs. Wenn er sein Haus verlässt, um sich selbst tugendhaft zu machen, ist das auf dem Wege Allahs. Und wenn er sein Haus aus Höchalei verlässt, ist das auf dem Wege des Satans. So spornt unsere wahre Religion zum Arbeiten, beziehungsweise tun das Besten an. Der Erhaben sagt, der den Tod erschaffen hat und das Leben, das er euch prüfte, wer von euch der Beste ist im Handeln, und er ist der Allmächtige und Allverzeihende. Er sagt auch, O ihr, die ihr glaubt, wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, dann eilt zum Gedenken Allahs und stellt den Geschäftsbetrieb ein. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Und wenn das Gebet beendet ist, dann zerstreut euch im Land und trachtet nach Allahs Gnadensfülle. Und gedenkt Allahs häufig, auf das ihr Erfolg haben mögt. Der Prophet Allahs, die ihm schinkt ihm wohl ergehen, zählte das Essen, das der Mensch selbst besorgt hat, als das Beste, indem der Prophet Allahs, die ihm schinkt ihm wohl ergehen, sagte, keiner hat etwas gegessen, besser als das, was er selbst besorgt. Und der Prophet Allahs, David, Allahs, die ihm schinkt ihm wohl ergehen, pflegte das zu essen, was er selbst besorgte. Zu den wichtigsten Faktoren des Staatsaufbaus gehören das Wissen und die gute Verwaltung. Denn der Aufbau verlangt Wissen, Erfahrung, Training und Spezialisierung und nicht nur Hobby. Der erwürdigen Koran und die edle Prophetische Sonne betonen dies, in dem der Erhabene sagt, auf die Zunge von Josef, Allahs, die ihm schinkt ihm wohl ergehen. Er sprach, setze mich über die Schatzkammern des Landes, denn ich bin Hüter, ein Wohlfahrender. Allah sagt auch auf die Zunge der Tochter von Schuai, Da sprach einer der beiden, O mein Vater, denke ihn, denn er, der beste Mann, den du denken kannst, ist einer, der stark ist, ehrlich. Der Prophet Allahs, die ihm schinkt ihm wohl ergehen, pflegte, seine Gefährten nach Erfahrung und Leistungsfähigkeiten anzustellen und nicht aus Gefälligkeit oder Liebe oder wegen Verwandtschaft. Es wurde von Abu Zar, möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden, überliefert, dass er zum Propheten Allahs, die ihm schinkt ihm wohl ergehen, sagte, O Gesandter Allahs, würdest du mich zu einem Herrscher nennen? Da schlug er mit seiner Hand meine Schulter und sagte, O Abu Zar, du bist schwach und die Herrschaft ist ein anvertrautes Gut und ist am Tag der Auferstehung, Schändlichkeit und Reue, es sei denn, wer sie für wahre Beauftragung bzw. Verantwortung hält und dabei seine Verbeflüchtungen verrichtet. In diesem Hinsicht sagte der Prophet Allahs, die ihm schinkt ihm wohl ergehen zu Abdurrahman ibn Samra, O Abdurrahman, strebe nicht nach der Herrschaft, denn wenn du sie erfreust, ohne danach gestrebt hast zu haben, wirst du dabei geholfen. Und wenn du sie aber erfreust, nachdem du danach gestrebt hast, nimmst du dich auf sie. Brüder im Islam, zweifelsohne hat die Liebe zur Heimat eine große Bedeutung im Islam. Dies ist eine menschliche Veranlagung. Allah erschafft den Menschen mit dieser Veranlagung. Der Prophet Allahs, gegen ihn schinkt ihm wohl ergehen, liebte seine erste Heimat Mekka sehr und war sehr traurig bei seiner Auswanderung aus Mekka. Wenn die Leute von Mekka den Propheten nicht vertrieben hätten, hätte er sie sicher nicht verlassen. Denn es war je seine Heimat, in der er aufgewachsen war. Nach seinen eigenen Worten war es das beste Land in seinem Herzen. Als die Sehnsucht nach ihr sich verstärkte, sagte Allah zu ihm, wahrhaftig, der, den den Koran verpflichtend gemacht hat, werde ich sicher zu einem Ort, der wieder geht, zurücklassen. Als der Prophet Allahs, gegen ihn schinkt ihm wohl ergehen, von Mekka nach Medina auswanderte, bat er Allah, dass er ihn Medina lieben lassen möge, wie er in ihr habe leben lassen. Allah, der Hoch Erhabene, erhörte seine Bitte. Immer wenn er von einer Reise nach Medina zurückkehrte, blickte er auf die Mauern von Medina und vererlasste wegen seiner Liebe zu Medina sein Reitkamel, dass es schnell läuft. Zu den wichtigsten Faktoren der Staatsaufbau gehört die Gerechtigkeit, die Allah, die alle Menschen gleich ohne bevorzugen, z.B. Unterscheidung ansieht. Allah, der Erhabene, sagt, Allah gebietet Gerechtigkeit und Gutes zu tun und zu spenden wie den Verwandten und er verbietet das Schändliche, das Offenbar Schlecht und die Übertretung. Man sagte, dass ein Staat mit Gerechtigkeit zusammen mit mehr Glauben und nicht mit Ungerechtigkeit und Islam erleben kann. Daher lehnt der Islam jede Form von Ungerechtigkeit und Tyrannie ab. O Allah, lass uns die Sicherheit in unseren Staaten erfreuen und leih unseren Geschäftsführern den Erfolg und bewahre unsere Heimatländer vor Tyrannie und Verderbnis.